Wir wissen alle, in der NBA spielen die größten Athleten der Welt. Die Durchschnittsgröße beträgt 2,01 Meter. Das sind 21 Zentimeter mehr als der durchschnittliche Mann in Deutschland. Natürlich muss man kein Riese sein, um in der NBA zu bestehen. Die offizielle Seite NBA.com listet aktuell 540 aktive NBA-Spieler. Wir sehen hier den 2,01 Meter großen Kawhi Leonard. Er repräsentiert für uns die Durchschnittsgröße in der NBA. 291 Spieler sind aktuell kleiner als er. Stephen Curry ist um die 1,90 Meter. Kleiner als er sind immerhin noch 80 weitere Spieler. Danach wird es zugegebenermaßen etwas eng. Chris Paul repräsentiert die Spieler um die 1,80 Meter Körpergröße. Die Zahl der aktiven Spieler kleiner als er lautet 10. Der kleinste Spieler der NBA war in den letzten Jahren immer Point Guard Isaiah Thomas. 1,75 Meter misst er offiziell. Sich mit dieser Größe in der NBA durchzusetzen, ist eigentlich fast schon unmöglich. Der Spieler, über den wir heute sprechen, kann diese Größe aber nochmal locker unterbieten. Maxi Bokes maß nämlich nur 1,60 Meter. Ja, ihr habt richtig gehört, 1,60 Meter. Er spielte 14 Jahre in der NBA, war ein hervorragender Passer und Verteidiger. Wir sprechen oft über die physischen Freaks auf dem NBA-Paket. Janis mit seinen 2,11 Meter und der Power des Olymps. KD mit 2,10 Meter und Ballgefühl eines Guards. Shaquille O'Neal mit 2,16 Meter oder Yao Ming mit 2,26 Meter. Die NBA hat schon sehr, sehr viele Freak of Natures gesehen. Aber als 1,60 Meter großer Mann 14 Jahre in der NBA zu spielen, ist für mich einfach unvorstellbar. Wir müssen verstehen, Maxi war im Schnitt 40 Zentimeter kleiner als seine Gegenspieler. Das ist fast ein halber Meter. Stell dir vor, du bist 1,80 Meter groß und alle um dich herum sind 2,20 Meter. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie hat es der kleine Maxi geschafft, 14 Jahre in der NBA zu bestehen? Meiner Meinung nach sind dafür drei Faktoren verantwortlich. Nummer 1, die Athletik. Maxi Bokes war ein herausragender Athlet. Guckt euch mal an, wie schnell er über den Court fliegt. Dieser Speed machte ihn wirklich unschlagbar. Gegnerische Guards schafften es einfach nicht, ihn im Fastbreak zu stoppen. Aber Maxi war nicht nur schnell, sondern auch außergewöhnlich stark. Guckt euch mal genau seinen Body an. Der Mann war ein absolutes Kraftpaket. Seine Oberschenkel sind dicker als die von Michael Jordan. Seine Gegenspieler konnten Maxi also nicht einfach zur Seite schieben oder aufposten. Er hielt dagegen an, zwang die Leute, den Ball abzugeben. Und dabei erinnert er mich immer so ein bisschen an Chris Paul. Der ist auch klein und man denkt, man könnte ihn einfach mal locker aufposten. Aber durch seine Stärke und niedrigen Körperschwerpunkt schafft er es dann, die Post-Ups der gegnerischen Spieler doch zu verhindern. Übrigens, der kleine Chris Paul ist ganze 23 Zentimeter größer als Maxi Bokes. Nummer 2, das Kämpferherz. Wer mit 1,60 Meter in der NBA spielt, braucht natürlich eine Menge Herz. Was meint ihr, wie oft dieser Typ gehört hat? Er ist zu klein für Basketball. Aber Maxi hat sich gegen all dieses Gerede hinweggesetzt. Das Kämpferherz zeigt sich aber vor allem auf dem Feld. Maxi war nämlich einer der penetrantesten Verteidiger, den die NBA jemals gesehen hat. Viele Pointguards aus der Zeit berichten, dass sie Maxi auf dem Feld regelrecht gehasst haben. Er setzte sie beim Ballvortrag so sehr unter Druck, dass sie einfach ständig den Ball verloren haben. Auch hier hilft ihm wieder der niedrige Körperschwerpunkt, den er auch zu seiner Zeit als Highschool-Ringer einzusetzen wusste. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, wie ätzend es gewesen sein muss, gegen Maxi Bokes den Ball vorzubringen. Vor allem, weil dich der Typ wahrscheinlich das ganze Game über gepresst hat. Kommen wir jetzt zum finalen Faktor, der meiner Meinung nach Maxi Bokes lange NBA-Karriere ermöglicht hat. Nummer 3, der Basketball IQ. Als 1,60 Meter Pointguard musst du einfach einer der schlauesten Spieler der Liga sein. Im Basketball hängen so viele Optionen, den Ball zu passen oder zu scoren, von deiner Körpergröße ab. Bei mangelnder Körpergröße sind bestimmte Optionen für den Spieler einfach nicht nutzbar. Und trotzdem schafft es Maxi, einer der gefährlichsten Passer der NBA zu sein. In seiner besten Zeit spielte er über 35 Minuten pro Spiel, scorte 10 Punkte und verteilte 10 Assists. Seine ehemaligen Mannschaftskollegen sprechen heute alle voller Bewunderung über seine Fähigkeiten, ihnen in jeder erdenklichen Lage dem Ball zu passen. Maxi Bokes Basketball IQ ist für mich wirklich unglaublich. Jeder von uns spielt früher oder später mal gegen den größeren Gegenspieler. Und dann merkt man plötzlich, wie schwer es ist, den Ball zu seinen Mitspielern zu bringen. Also wie gut muss Maxi wirklich gewesen sein, wenn er über Jahre lang einer der besten Passer der NBA war und das, obwohl er einen halben Meter kleiner war als der durchschnittliche Spieler. Alright Leute, ich merke gerade, dass ich so ein bisschen in Schwärmerei verfalle. Deswegen will ich dieses Video jetzt beenden. Ich würde nicht ausschließen, vielleicht irgendwann mal ein größeres Porträt über Maxi zu machen, weil er einfach so ein interessanter Spieler ist und wirklich einer der größten Athleten der NBA-Geschichte. Und das, obwohl er nur 1,60 Meter maß. Das war es jetzt erstmal von mir. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace! up5.5